So Leute, Willkommen zum neuen Part von Metroid Zero Missioning Bis jetzt ist es wieder überlegen, was für ein Spiel ich überhaupt spiele Ich verstehe auch nicht, warum ich das immer wieder vergesse Ich meine, nicht mal Benno Zelda und Metroid Na ja, okay, vor kurzem war es doch Kirby Und na ja Im letzten Part haben wir Der letzte oder der vorletzte Part, wo wir den Ice Beam bekommen haben Ich weiß es Ich habe ja gerade ein Ton doppelt Könnte an zweitem Kopfhörer liegen Weiß gar nicht, in welchem Part Das jetzt genau war Auf jeden Fall müssen wir da unten nach Crate Deswegen gehen wir da mal hin, oder? Und da wollte ich ja unten noch irgendwas machen Nix, was mir irgendwie gerade so ins Auge sticht Also einfach mal weiter hier drüben Ja, okay, das war scheiße Ah, ein Spiel Mach keinen Scheiß, danke So Diese Gänge sind so notwendig Ich meine Man könnte auch nicht direkt eine Verbindung hierher machen Okay, wo muss ich jetzt lang? Nach unten Das kann ich Yay Aua Das zum Thema kann ich, ne? Moment mal Ist da irgendwas drin? Ich meine, hier sieht so aus wie Ist es nicht Ist nicht Vergiss das Nein, du sollst dich nicht festhalten Danke So Danke Du sollst Warte Ihr seid doof Ähm Ja, Mann Einfach weil es gerade hier ist Speichere ich hier nochmal Da muss ich hier nicht nochmal hinterlaufen Weil es irgendein schief gehen sollte Sie hat ja keine Safe States, wenn ich draufgehe Dann mache ich das ja normal hier Ich laufe ja vom letzten Speichelpunkt zurück Dann zack Sehr langweilig Selbst jetzt benutze ich nur zum Speichern an sich Oh, hier kann man sich auch nochmal heilen Finde ich toll Machen wir voll hier Danke Kollege Danke für die Heilung Jetzt muss ich kurz gucken Hier irgendwo muss es runter gehen Also, ich gehe einfach mal davon aus, weil Es Sinn machen würde, wenn es hier irgendwo runter geht Was ist das hier eigentlich? Ne, egal Äh, guck mal mal hier drüben Ich wette, hier geht es irgendwo lang Zap, weg Ähm Hier schon oder Hier demnächst Ob es hier ist oder jetzt weiß ich Da hast du dazwischen was irgendwie Ja, hier Denke ich mal Ah, kann man aus dem wegschießen Auch gut zu wissen Ah, ich wusste es doch Tschüss So, äh, ja Ich wurde auch noch getroffen Wow Jetzt aber hier Badadadam Was? Hey, was, ich habe gerade den Boden zerschossen? Wie habe ich das denn gemacht? Äh, okay Okay Und nochmal Badz Okay Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Deswegen oder Hä? Ich gucke mich lieber genau um Das Spiel ist ja Sehr gut in Sachen verstecken Wie ich auch schon gemerkt habe Teilweise Man sieht hier vor Letzter Part Als ich irgendwie Beim dritten Anderfest da war Ah, wir haben Crate erreicht Genau Sehr gut Runter Runter Danke Ah, great. Hallo? Irgendwie sieht das creepy aus mit den Dingern an der Wand. Äh, erstmal hier lang. Oder was? Das ist eine Speicherstation. Speichern wir doch mal gerade. Haben wir zwar gerade eben vor drei Sekunden erst gemacht. Naja, okay. Von einer Minute. Ach man. Es lohnt sich immer, wie ich mir nacke. Wenn man ja auch dann von da aus weitermacht. So, weiter geht's. Schuh. Von hier aus jetzt auf die andere Seite. Hier, halt, weiter, schnapp. So. Was haben wir denn hier? Ein, äh, Lava? Fragezeichen. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ah, heute abends gebe ich mir einen Volltrottel. Da habe ich dann Zeit. Da kann ich immer alles fragen, was mich interessiert. Genau. Da habe ich mal echt mal Zeit dafür. Ähm, komische Viecher. Die ganz schön kaputt machen, bevor sie mich angreifen können. Ah! Ab. Was auch immer du an der Decke machst. So, geh kaputt, du. Äh. Danke für ein bisschen. So, tschüss, tschüss, tschüss. Hau ab. Geh sterben, du Mistviech. So. Danke. Hier oben noch irgendwas? Was ich wissen müsste? Anscheinend nicht. Ah ja, wo ist eigentlich der Punkt? Der Punkt befindet sich irgendwo hier unten. Aber wir gehen mal... Erst mal schön außen rum. Wahrscheinlich ist das sogar der richtige Weg, weil man... Auf dem direkten Weg wäre ja langweilig oder so. Kann man hier irgendwie rein? Nein, kann man nicht. Zumindest nicht von hier unten aus. Okay. Wenigstens sind wir jetzt an der Stelle, wo wir auch weiterkommen. Das finde ich toll. Da weiß ich wenigstens... Hab noch nie eine Idee, wo ich lang muss. Sagen wir mal so. So, Heilung für mich. Ähm, ja. Und damit wäre das... Äh, ich weiß, wo ich lang muss, auch wieder gegessen. Denn ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. So, hier mal putte irgendwas. Aha, das ist eine Fläche, wo man von oben durchfallen kann. Schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir müssen irgendwie von oben da drauf kommen. Ja. Damit wären wir wieder bei der nächsten Schwierigkeit. Wie kommen wir von... Wie kommen wir da oben rauf? Ist das sicher... Das da oben ist doch sicher auch was, was kaputt geht, ne? Komm schon hier. Da ist so eine dunkle, gefärbte Stelle, die will ich kaputt machen. Komm, mach putte. Äh, ne. Nicht kaputt machbar. Okay, andere Richtung. Ach, das heißt, wir dürfen nochmal hier komplett durch. Komm, geh drauf, du. Tschüss. Tschüss. Leben und Missl... Äh, ja, Missl, nicht Missl-Container. So, geh drauf. So. Also, das war jetzt nicht... Nein! Das war jetzt nicht gemeint im Sinne von geh drauf wie sterbe, sondern geh drauf im Sinne kletter drauf. Im Sinne von kletter drauf. So, hier geht's schon mal nicht lang. Gut zu wissen. Weiter runter. Wir haben ja mehrere Auswahlmöglichkeiten, sehe ich gerade. Irgendeiner wird schon richtig sein, irgendeinen Weg. Wenn ich jetzt auch noch treffe, finde ich das auch noch ganz toll. Und wenn ich natürlich auch dann springe, wenn das Ding nicht zu ist, finde ich das auch ganz toll. Badam. Geh hier kaputt und mach durch und so. Okay. Wir kommen auf jeden Fall schon mal weiter. Das finde ich nett. Was ist das? Was ist das? Das scheint mir irgendwas zu sein, was nicht schön ist. Das sieht komisch aus. Ich mag komische Sachen nicht. Und ich hätte vielleicht die Dinger nicht kaputt machen sollen. Kommen die wieder? Ich meine, die Mönchige Felsen respawnen hier. Anscheinend nicht. Super. Reiß nochmal raus, oder was? Ich könnte auch einfach mal so einen auf Kamikaze-Einsatz machen und einfach mal hier durchrennen. Sollen wir mal machen? Ich werde dafür das schon mal probieren. Probier's einfach mal. Yeee. Okay, das bringt nichts. Da muss ich oben drauf. Okay. Das war eine dumme Idee. Vor allem, weil ich jetzt hier demnächst auch nochmal draufgehe, wenn es so weitergeht. Warum ich immer jetzt eine Bombe gelegt habe. Komm hier. Hoch. Hätte ich mich auch einfach festhalten können. Ich bin auch dumm. Danke. Lass mich durch. So. Hier auch nicht ganz richtig, wie ich sehe. Mach das Ding kaputt. Oh, Leben. Finde ich gut. Mach auf die Tür. Sollen wir hier. Das ist nicht da oben bei der Decke hier. Ich will das wissen. Mach kaputt, das Ding hier. Oh, nein. Hier. Ernsthaft. Was soll der Scheiß? Ich finde das ja mal richtig asozial, dass man hier irgendwie... Danke, dass es... Es trägt nicht dazu bei, dass ich hier irgendwie durchkomme oder so. Nein. Ja, machen wir weiter hier. Ich hätte auch mal speichern sollen zwischendrin. Doof. Ich wollte nochmal den Missile Container von der anderen Seite haben dann. Schnell. Und so. Muss ja kommen, dass ich irgendwie drauf gehen, ne. Okay, holen wir hier drüben gerade den Missile Container. Wir wissen ja, dass wir hier auf der Seite noch nicht zumindest weiterkommen. Ähm. Ja. Danke. Ich hab's kapiert. So. So. Weiter. Los. Gleich nochmal speichern, um sicher zu gehen. So, nochmal hier. Ich weiß, das Speichern nervt, aber es muss sein. Sonst dürften wir immer wieder irgendwo langrennen. Also wenn ich irgendwie Missile Container so gefunden habe, erstmal speichern. An nächstmöglicher Station. Aua. Station. Okay, ich glaube, ich begebe mich jetzt erstmal direkt nach unten. Mal sehen, ob es einen Weg gibt, wie ich hier unten langkomme. Super. Dass ich von hier aus auch... Oh, da geht's echt weiter runter. Ähm. Ich probier's einfach mal. Ich bin jetzt mal so ganz... Das hat sich jetzt echt gelohnt. Yay. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Einfach, weil ich's kann. Komisch, dass ich an der Decke... Tschüss. Ja, gib Leben und Zeug. Ah. Oh, Gottes Willen. Mach kaputt, das Ding hier. Nein, da oben komme ich nicht ran, wie's aussieht. Okay, weiter. Aber wir sind sowieso voll. Tschüss. Tschüss. Okay. Ich geh erstmal da lang. Ich hab keinen Bock auf das Spiel mit den Dingern. Ah, Kartenterminal. Sehr schön. Das kann ich gebrauchen. Gib mir mal Karte von dem Zeug hier. Da ist ne Speicherstation. Okay, okay, okay. Ähm. Soll mir das jetzt irgendwas sagen? Ich... Great Daten... 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 Ich sag schon wieder Datenkarten. Karten, Daten. Andersrum, ne? So, hier macht Brutte... Das Ding. Den Scheiß. Mann, hier. Mach hier. Ich will da oben ran. Kann ich mich an den Dingern eigentlich festhalten? Ich glaub nicht, ne? Äh, nein, kann ich nicht. Okay, irgendwie muss ich aber hier... Irgendwas ist doch hier machbar. Hm. So, äh, ja. Hey, kann ich mich da nicht festhalten? Doch, kann ich. Ich dachte schon. Ich dachte schon, was soll der Scheiß hier? Ähm, ja, super. Von hier, jetzt komm ich auch irgendwie weiter hoch oder so. Nein, natürlich nicht. Komm hier, bababab, lass mich hoch. Aber nein, er will mich nicht hollassen. Okay, dann nehm ich mich nicht hier lang. Kann ich nicht irgendwie durch das Ding hier durch? Ich mein, ich... Ja, kann ich. Danke. Das war jetzt extrem hilfreich. Herzlichen Dank auch. Oh Gott. Aua. Okay, hier komm ich auch noch nicht lang. Ich glaub, wir gehen erstmal woanders lang. So, mach mal putt hier das Zeug. So, mach putt. Danke. Ich glaub, es wird Zeit wieder zum Speichern. Oh Gott. Ich hasse die Viecher jetzt schon. Einfach weil sie eklig sind. Wenn ich hier aber jetzt irgendwie noch an eine Speicherstation rankomme, wäre das natürlich auch nett. Ähm. Hm. Ah. Ich seh's. Danke. Nein. Blöd. Ding. Sehr schön. So wollte ich das. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht. Oh. Okay. Ich weiß, was es ist. Ähm. Ah. Erstmal blöde Blöcke, die mich nicht ranlassen. Ich find das ja ganz toll. Okay. Ich glaub, ich geh nochmal raus. Denn ich hab ne Idee, wie ich jetzt so hochkomme. Ich hab nur ne Idee. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber irgendwie komm ich da schon hoch. So. Und hopp. So. Okay. Hilft auch nicht, weil blöder Stein. Du blockierst, du dummer Stein. Danke. Du hast die Auswahl deaktiviert. Irgendwas war wieder mal gekommen, was die Priorität von dem Emulator untergesetzt hat. Das geht kaputt, du Mistding. Ich will da drüben hin. Mann. Geht nicht. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Jetzt. Dann später. Das heißt wieder hoch. Aua. Mach hier Butterding. Oh Gott. Nein. Lass mich hier hoch. Okay. Du kotzt mich an. Weißt du das? Danke. Ah. So. Mann. Warum muss das so kompliziert sein? Okay. Hier komme ich glaube ich nur hoch, wenn ich die Dinger einfriere. Komm mal schon hier rüber. Ich habe keinen Bock da über Abgründen rumzuturnen. Ah. Gut. Man kann es auch kaputt schießen. Dacht schon hier. Na toll. Ihr seid doof, Leute. Wobei. Ich glaube ich versuche das mal jetzt alle hier drüben. Die alle mal hier drüben zu stoppen. Wobei das wird nichts, wenn ich hier anfange. Wum. Okay. Jetzt. Jetzt. Und. Jetzt. Und. Jetzt. Ich kaputt machen. Und dann. Hopp. Sehr schön. Genau da wollte ich hin. Ah. Oh. Danke. Nein. So war das nicht gemeint. Oh Gott. Mach putt die Dinger hier. Voll Feuer draufhalten und so. Ne. Kann mich der nicht. Moment. Kann ich. Nein. So schon mal nicht. Ah. Herrgott. Ich will da oben ran. Ich hole da fallen. Mach jetzt hier mal ein bisschen länger. Weil wir nicht so viel geschafft haben. In dem Part. Okay. Ich mach es von hier aus. War es nicht geht. Weil. Nicht funktioniert und so. Okay. Ich probiere. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich wette man kann hier oben nachher langfahren mit so nem Gleiter. Ich wette das ist nur eine neue Fähigkeit. Ich bin mir da so sicher. Einfach weil die hier in jedem Raum sind. Gehen wir hier lang. Aha. Jetzt sind wir hier oben. Ja. War eigentlich nicht so der Sinn des Ganzen. Aber okay. Jetzt komm ich auch nicht weiter. Finde ich toll. Danke. Spiel. Danke. Kleine. Ich bleibe bei meiner Vermutung, dass wir hier irgendwann an diesen Dingern umlangfahren können. Vor allem weil die erstmal. Ja. Genau. Weil ansonsten kommen wir da niemals ran. Ach. Danke. Mist. Krebs. Viech. Danke. Muss sein, ne? Ähm. Aha. Okay. Scheiben wir hier lang zu gehen. Nio. Natürlich geht's hier. Mann. Ne. Will nicht kaputt gehen. Okay. Wir müssen irgendwie anders dann ankommen. Ich hab wieder mal keine Ahnung. Mann. Dich kriege ich jetzt. Dann hüpfe ich da drauf. Dann hüpfe ich da drauf. Haha. Verarscht. Ähm. War ich jetzt ansonsten überall drin oder? Ähm. Ich weiß es nicht. Ich glaub wir müssen jetzt hier gleich nach, äh, in die Richtung. Ich will aber nochmal speichern. Speichern. Tschüss. Einfach weil wir jetzt schon ein bisschen was geschafft haben. Zumindest irgendwie Sachen. Keine Ahnung. Wir haben jetzt die Karte und so, ne? Deswegen will ich einmal speichern. Äh. Danke. Okay, also. Ich find's ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Aber. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch in der Wand. Haha. Da ist ein Loch in der Wand. Sieh mal einer an. Aha. Das war jetzt mehr durch Zufall entdeckt. Und das war dumm. Das war ebenfalls dumm, weil ich immer noch die gleiche Aktion war wie gerade eben. Zopp. Zopp. Danke. Ist das hier ein Zulassraum? Aber von hier aus gibt's, glaub ich, keine Verbindungslinie da drüben, oder? Ja. Genau. Aha. Sieh mal einer an. Ist hier ein geheimer Gang? Mhm. 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 Speichern wir gleich nochmal. Das war jetzt irgendwie Zufall, dass ich das gefunden habe. Aber gut. Ähm. Nur wegen meinen Schüssen, weil ich immer so blöd rumballe. Das mache ich aber sofort immer. Naja. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Weiß ja nie. Naja. Okay. Also Leute. Ich würde sagen, das war es wieder für diesen Part von Metroid Zero Mission. Wir haben Crate erreicht. Haben jetzt hier mal ein bisschen geguckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.